Herr Magath, was unterscheidet die aktuelle Mannschaft von der Meister-Elf 2009? Ja gut, die Meister-Mannschaft wurde natürlich in der Offensive getragen von Grafic, Czeko und Misimovic. Von diesen drei Spielern ist nur noch Grafici da. Das heißt für uns, dass die Offensive anders konzipiert werden muss, aber sie wird natürlich auch sehr laufintensiv sein. Müssen die Spieler jetzt wieder auf den Hügel des Leidens? Hügel des Leidens. Da haben wir was Neues. Börse sucht Profi. Messen Sie sich mit den Besten der Besten und werden Sie Anlageprofi 2011.